Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Ja, hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für Gefühle. Mein Name ist Rosemunder Pilcher, heute aus England unser Gast Graf Farnsworth. Leute, ich hab heute wieder, heute ist wieder so ein Tag, ey, herzliche, sonnige Grüße aus Dunkeldeutschland. Und ich hab aus dem Fenster geguckt und dachte, ich bin Hauptdarsteller im David-Lynch-Film. Weißt du, der dreht und per KI alles auf schwarz-weiß gestellt hat. Richtig traurig. Wenn man morgens aufsteht und denkt so, bleib eigentlich liegen. Aber egal, es ist Feelings-Time, heute kommt der Gast, heute kommt die Gästin, ich weiß nicht, wer das ist. Ich erklär das einfach wieder, ich hab jetzt so ein Format, ich hab vergessen, was das ist. Das läuft schon seit 80 Jahren und trotzdem werden zum Anfang immer die Spielregeln erklärt. Was mir aufgefallen ist allerdings, ist, ich krieg gar keine Zuschriften mehr, wa? Kommen noch Briefe? Bin ich in Vergessenheit geraten? Oder gibt's nur schlechte Nachrichten, schlechte Briefe? Hassbriefe, wo die Redaktion sagt, nee, er ist so ein zartes Wesen, können wir nicht machen. Egal, ich fühl mich trotzdem lieb durch eine kosmische Kraft, die ich nicht erklären kann. Positiv bleiben, auch wenn's Wetter scheiße ist. So, jetzt geht los. Die Spielregeln sind bekannt, Maske auf und ab dafür. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nix. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. Matze, grüß dich. Komm, wir drücken uns, oder? Ja. Herzlich willkommen. Gesundes Neues. Wie? Jetzt noch? Sagt man das ja? Na, wir haben uns dieses Jahr noch nicht... Wie lange sagst du denn frohes Neues? Na, so lange, bis man sich sieht. Hätten wir uns jetzt im Sommer gesehen. Dann hättest du es auch noch gesagt. Hätte ich auch noch gesagt. Matze, ja, schön, dass du da bist. Finde ich auch. Aber was ist jetzt mit Hotel Matze? Fährt das jetzt diese Woche aus? Du hast gesagt, dass du keine Zuschriften mehr kriegst. Ja. Warum? Steckst du dahinter? Nee. Du fängst die ab, du fängst die Postkunden ab. Nee, ich hab, überraschenderweise, wirklich überraschenderweise, passt das zu meinem Geschenk? Äh, was hast du dabei? Den toten Post. Was ist es? Guck rein. Ist das das Geschenk? Das ist das Geschenk. Zwei Postkarten? Drei. Drei, okay. Drei funkierte Postkarten? Ist ja, wie aufwendig. Ja, ich weiß. Also natürlich die große... Wurde dir beim Tragen geholfen? Ich dachte, was schenkt man erstmal jemanden, der schon alles hat? Ja. Ja, und zweitens dachte ich, naja, wir können ja jetzt einfach Postkarten schreiben. Ach so. Und das heißt, wenn Leute dir nicht mehr schreiben, schreibst du doch jetzt einfach Leuten. Ja. Ich bin überwältigt. Ja, ich sehe es. Aber so ein schönes Geschenk habe ich ja noch nie bekommen. Sind die schon... Die sind ja frankiert schon. Ist alles fertig. Wir können einfach... Du hast da selber... Das ist... Du hast da selber jetzt den Briefwagen draufgeklebt? Ja, klar. Na, das ist ja toll. Ja, sicher. Drei mal 70 Cent. Drei mal 70 Cent. Die Postkarten 1,50 pro Postkarte, ne? Findest du das jetzt wirklich doof, oder was? Also... Sag ehrlich. Äh, ja. Soll ich wieder mitnehmen? Nee. Das ist ja... Nee, nee. Da wälgt... Vielleicht nehme ich die Briefmarken ab. Doch, das gefällt mir. Erstmal gefällt mir, dass du da bist. Finde ich auch. Weil du bist ja selber Podcaster. Das stimmt. Hotel Matze seit gefühlt 1920. Ja, und du bist nicht oft in Podcasts, oder? Nee, die ganze Zeit. Weil man keinen Bock hat, ne? Nee, ich bin ja... Ich mag ja lieber, dass ich Leuten was fragen... Also, dass ich Fragen stelle. Und ich kenne ja auch meine Geschichte jetzt auch. Und dann ist... Also... Nee, weil die anderen nicht. Ja. Ja, genau. Mach den jetzigen Hörern das doch nicht so malig. Nein. Ach so, ja, Matze, die Geschichte kennen wir ja. Ja, die Geschichte kennen wir schon. Ja, eben. Also, deswegen ist es doch... Wie ist es dir denn als Podcaster? Ich hab keine große Lust mehr, woanders hinzugehen. Weil ich wirklich auch der Meinung bin, ich hab da jetzt schon alles gesagt. Ja. Also, erstens hab ich in Interviews und Podcasts, so wie bei dir zum Beispiel, ja schon alles gesagt. Jetzt hab ich hier gefühlt irgendwie drei neue Folgen in der Woche. Jetzt ist es ja albern, irgendwo in einen Podcast zu gehen, um gefragt zu werden, was man so macht. Und fühlst du dich jetzt als Podcaster? Nee. Nee? Nee. So, ich hab wie bei Sheik Römer, ich fühl mich auch nicht als Journalist, das ist so wie so ein Gast. So ein Gasthörer, weißt du? An der Uni. Also, ich hab kein Abitur, darf aber trotzdem an der Lesung teilnehmen, weil der Professor gesagt hat, komm, zwei Tage, aber dann geh wieder. Aber wie ist das für dich jetzt hier, du machst das jetzt, seit anderthalb Jahren? Du, aber pass auf, nicht mir so viele Fragen stellen, du bist hier Gast, oder? Ja, ich weiß, aber trotzdem. Wir wollen ja noch über dein Leben reden. Ja, unbedingt, können wir ganz schnell machen, du, ganz so. Nee, aber du machst das seit anderthalb Jahren, erzähl mal, wie ist das denn für dich? Wie er sich wehrt, du hast richtig körperliche Schmerzen, wo du denkst. Was willst du wissen? 31.10.1979. Soll ich sagen, was ich alles über dich weiß? Ja. Du kommst aus dem Dorf, aus Brandenburg. Stimmt. Du warst in der Band Virginia jetzt, wo ich aber nicht weiß, was du da gemacht hast. Trommeln. Das weiß keiner. Bass habe ich gespielt. Ja. Und Hotel Matze gibt es seit... 1920. Nee, seit sieben Jahren. Seit sieben Jahren? Aber du bist ja einer der erfolgreichsten, oder? Oder hat das nur damit zu tun, dass ich dich gerne höre und dann denke, der Typ ist Weltklasse. Das ist Wahnsinn, der muss unglaublich. Der Welt, also der weltweitesten, beliebtesten. Genau, deswegen. Weil ich höre das wirklich immer gerne. Das freut mich. Ich höre das gerne. Danke. Obwohl du ja ein Konkurrent bist. Eigentlich müssen wir uns streiten, wa? Siehst du das auch? Es gibt eine Konkurrenz. Wirklich? Wirklich? Wieso jetzt? Ich habe das damals beim Fernsehen schon nicht gehabt. Für mich gibt es, also nicht weil ich eingeblendet bin, aber ich habe keine Konkurrenz. Ich habe auch überhaupt nie das Gefühl gehabt, ich wurde im Sport, jetzt wird es persönlich nie gewählt. Ich auch nicht. Weil ich habe kein Konkurrenzdenken. Gab es in den ehemaligen DDR Tip-Top-Schritte? Nee, was ist das? Tip-Top ist, dass du immer einen Fuß von anderen setzt und wenn ich dann zum Schluss dir auf die Zehn trete, habe ich gewonnen und darf aussuchen. Ja. Und dann war ich auch immer der Letzte. Ja. Wo sie gesagt haben, ja hier, wie heißt er nochmal? Alex. Der Dicke da, der Alexander. Nee, bei mir ist es, weil ich, mir ist es immer wurscht gewesen zu gewinnen. Ja. Gegen andere, finde ich irgendwie Quatsch. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt beim Podcast machen gewinnen soll, also was gewinnt man? Naja, aber es gibt ja schon so in diesem, keine Ahnung, wie erfolgreich sind so Shows, wenn du live spielst, wie erfolgreich ist irgendjemand anders, der das macht oder so. Gibt es ja schon Leute, die sich darüber definieren. Wenn du mal Podcast, eine Fernsehsendung wäre und du würdest in der ARD um 20.15 Uhr laufen und ich bei RTL um 20.15 Uhr, dann, oder? Aber da wäre guckt... Würdest du denn auf meine Quoten schielen und sagen... Das machen Leute, die im Fernsehen sind und gucken extremst nach den Quoten. Ja, okay. Und wen hattest du das letzte Mal? Ich hatte... Jürgen Klopp, genau. Jürgen Klopp habe ich gehört. Ja. Da ist man dann stolz, oder? Dass man den hat? Ja. Na, ich bin ja nicht so ein großer Fußballfan, aber... Hat man mitbekommen. Leicht. Hat man vielleicht leicht mitbekommen. Und es war auf jeden Fall mein Umfeld und auch den Hörern erstmal wichtig. Also für die war das im Vorfeld auf jeden Fall wichtiger als für mich. Und ich glaube, deswegen hat es auch gut geklappt. Ja. Und jetzt bin ich aber auch totaler Fan von dem. War der einfach ein super... Der war super. Ein super cooler Typ. Aber ist komisch, oder? Dass man dann immer denkt, der ist so bodenständig. Dass man bei berühmten Leuten immer denkt, naja, oh Gott, der war ja total umgänglich. Ja. Der hat ja ja antwortet auf die Fragen von Matze. Aber hast du denn... Also wie guckst du denn auf Leute? Bewertest du denn Leute so doll nach... Also gerade Leute, die in der Öffentlichkeit sind? Ne, das nicht. Aber in dem Fall Klopp hätte ich jetzt zum Beispiel... Also im Gegenteil oftmals Leute, wo ich denke, das ist doch jetzt nicht ehrlich. Weißt du? Ja. Also die dann... Die bewusst lügen, wo ich so denke, hä, sagt doch einfach die Wahrheit. Ja, das stimmt. Und deswegen ist man, glaube ich, so begeistert, wenn man Klopp hört, der einfach sagt, ja, so ist es. So ist es, ja. Aber hast du das Gefühl, also weil es geht ja immer heutzutage so um Ehrlichkeit, ne? Ich gehe zu dir und bin dann total ehrlich, zeige mich von der ehrlichen Seite. Hast du das Gefühl, dass die Leute wirklich ehrlich sind? Oder dass die nicht alle so zu 98 Prozent alle irgendwie nur eine Rolle spielen? Naja, also es ist ja unterschiedlich, was für jemand privat ist. Persönlich und privat. Und ich glaube, also ich kriege schon in den letzten zwei Jahren mehr so Anfragen von Managements oder PR-Menschen oder so, würde auch über ihre Depression oder und so weiter sprechen. Und ich glaube, das ist schon mal was anderes, dass so etwas, so Verletzlichkeit, wenn das so als Marketing genutzt wird, das finde ich schon super schwierig und die Gäste würde ich auch nie einladen. Wenn es nicht aufhört, finde ich. Also ich habe das ja bei meinem Buch gehabt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt schon ein Thema, das wird jetzt viele, also auch so JournalistInnen interessieren, die mich eigentlich nicht leiden können und die denken, naja, der Typ ist eigentlich scheiße, aber das ist jetzt, das schafft jetzt Klicks. Also ich dachte, kannst du machen, um Leute zu informieren, um zu sagen, ich hatte diese Krankheit, jetzt ist sie weg. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass die bei euch allen weggeht, aber ich kann dafür sorgen, dass Leute sich darüber Gedanken machen, zum Arzt gehen vielleicht und sich sagen lassen, sie haben eine Depression oder nicht. Aber ich wusste auch, du musst dann irgendwann damit aufhören. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen YouTube-Kanal eröffnet hätte, wo ich jetzt dreimal in der Woche irgendwie mentale Gesundheitstipps gebe, dann hätte ich gedacht, okay, nicht so ehrlich. Du hast viel gemacht aber zu dem Thema auch. Ich habe zu meinem Management damals gesagt, ich gebe allen Interviews, die wollen. Ja. Was ich vorher immer, also vorher war immer so, von tausend Anfragen habe ich mir zwei rausgepickt, habe gesagt, den Rest kannst du absagen. Aber jetzt dachte ich mir so, bei dem Ding dachte ich, jetzt werden alle informiert. Und hast du an den Zuschriften gemerkt, an den Postkarten, die du gekriegt hast, dass du da, dass du da auch Leute... Ich schreibe, ihr seht es ja nicht, ich schreibe schon Postkarten. Die eine ist schon voll. Also, so, was war jetzt die Frage? Halt jetzt vergessen. Aussprechen lassen, ne? Aussprechen lassen. Würde ich dir auch gerne nochmal raten für deinen Podcast, nicht ins Wort fallen. Ja, mache ich auch selten. Kriegst du das auch, diese Anschriften, dass du andauernd, also dass eigentlich alles geil ist, plus eben nicht, dass du den Leuten ins Wort fällst? Ne, die kriege ich nicht, weil ich den Leuten nie ins Wort falle. Aber jetzt bin ich, ich bin ein bisschen verunsichert, weil darf ich dir jetzt Fragen stellen oder darf ich dir nicht fragen? Ja, doch, stell. Mach. Ja, also, ich wollte erstens wissen, machst du gerade noch was anderes außer diesem Podcast? Ne. Ne. Und es ist total lustig, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, total lustig, weil ich hatte zum Beispiel Günther Jauch hier, der, mit dem ich mich dann draußen auf dem Hof noch eine Stunde unterhalten habe. Und die Leute haben alle so, die haben so, wie so Mitleid. Er hat dann auch gefragt und, funktioniert das denn? Ist das denn? Hast du mal geguckt, wer da mit? Hast du mal geguckt, wer hier drauf steht, wer der Absender ist? Meinst du, dass ich das für Jeff umsonst mache? Ja, es hörte sich so an, wie damals, als ich angefangen habe und gesagt habe, ich bin Komiker, als die Leute in die Frage, kann man davon leben? Ja. Man hat so ein bisschen, ein bisschen was davon, dass man das Gefühl hat, die Leute machen sich Sorgen. Und kannst du davon leben können? Ja, es geht. Ja, es geht. Aber ich freue mich sehr über die Postkarte. Ja, wegen dem Briefwagen. Die Briefwagen. Ja, ja, die kannst du dir einweichen. Die kann ich ja umtauschen, ne? Ne, du kannst die einweichen, dann kannst du wieder abziehen. Das stimmt. Ja, also super. Nee, aber ist doch bei dir Ostern, ist doch ein geiler Job. Das ist total schön, aber ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben nur noch das gemacht. Ja. Und das ist ja trotzdem genug. Ja. Und mir fiel das am Anfang wirklich schwer zu sagen, okay, ich mache jetzt nur noch das und ich mache jetzt nicht noch das und das und das. Und wir haben uns das letzte Mal im Admiratspalast gesehen, als du da aufgetreten bist. Und da hast du gesagt, nämlich, naja, ich mache jetzt die Tour zu Ende und dann will ich mal nix machen. Ja. Und dann kam der Podcast so als einziges und das hat mich interessiert, wie es dir damit geht. An diesem, du hast ja so viele Sachen gemacht. Also auch mit Che Krömer, mit Live, Buch, so viele Interviews wie noch nie. Also du warst ja völlig... Das war da, zu dem Zeitpunkt war das gerade wieder viel. Richtig krass. Ich habe es dir auch angesehen damals, du warst so richtig, der war on the edge. Ich weiß noch, darf ich das erzählen, als du im Admiratspalast in die Garderobe gekommen bist? Warst du enttäuscht oder? Weil du bist, also, Matze war im Admiratspalast, nach der Vorstellung ist er in die Garderobe gekommen und ich lag dann da auf der Couch und neben mir, wie so ein Psychologe, saß mein Manager und du kamst rein und ich hatte so das Gefühl, dass du dachtest, äh, wo ist denn hier die Party? Genau. Es war... Hier ist ja kein Tablett mit Koks drauf, wo einer fragt, wollen Sie oder lieber Crack? Es gab noch gar nichts. Es war, glaube ich, sogar ein Samstag auch. Es war, es war die letzte Show in Berlin und, äh, und, äh, genau. Und dein Manager schrieb vorher noch, willst du nachher noch zur Aftershow kommen oder so? Ja. Und ich so, ja klar, wenn ich schon mal hier bin. Und das erste, was passiert ist, ich bin dann hochgeleitet worden in deinem Backstage und da war ich aber erstmal in einem Raum. Ja, in dem Vorraum, ne? In dem Vorraum. Da stand ein Stuhl, auf diesen Stuhl habe ich mich hingesetzt und da war niemand, da saß ich dann auf diesem Stuhl so zehn Minuten, dachte ich, okay. Ja, und dann ging die Tür auf, ja, Kurt wäre jetzt... Klar ist, da sind jetzt nicht 200 Leute, die alle einzeln vorher zehn Minuten um den Stuhl sitzen müssen. Und dann bin ich in deine Garderobe gekommen und dann gab es lecker Sushi und dann haben wir gequatscht und das war auch total schön, aber natürlich habe ich erstmal gedacht, ja, für so einen letzten Tourabend... Ja, das ist ja fast schon in Vergessenheit. Ja, ich habe nicht, glaube ich, gefragt, ist da keiner von der Familie da oder irgendwas? So, nee. Naja, ich macht das ja seit 30 Jahren, also wenn ich mal so durchrechne, war bestimmt jeder meiner Freunde irgendwie 30 Mal oder 40 oder 50 Mal bei seinem Auftritt. Ich kann das auch verstehen, ich lade ja auch niemanden ein, meine Familie kommt ja auch nicht zur letzten Sendung des Jahres. Ja, und da kamen schon Leute, aber das ist echt in Berlin, wo ich so denke, ja, also ich muss dann hinterher sein, ich muss sie richtig anrufen und fragen. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, es ist gar kein Problem bei dir auf die Gästeliste zu kommen. Nee, das ist... Das ist überhaupt kein Problem, weil man traut sich auch nicht zu fragen, weil man denkt, ja, da stehen schon x viele Leute drauf bei dir, weiß ich, ich kann noch am selben, ich habe, glaube ich, noch kurz fünf Minuten bevor du auf die Bühne gegangen bist, habe ich dich gefragt, ob ich da kommen darf. Nee, das ist schön. Was wollte ich, nee, wir waren davor, was war denn die Frage überhaupt? Wir waren über... Achso, bei dem Nixmachen. Nixmachen, da ist er stehen geblieben, dann lass uns zurückgehen. Herrlich, also ich habe, ich weiß, ich komme mit Zahlen so, was haben wir jetzt, wir haben jetzt 24, 23, 22, ich glaube 22 hatte ich die Premiere von dem Programm, was du im Admiralspalast gesehen hast und dann habe ich irgendwann, dachte ich so, also ich spiele so ein Programm, habe ich immer, ich habe das immer so zwei Jahre gespielt und habe bei dem Programm, das war noch im August, im Sommerurlaub, als ich so, so, ja, Anzeichen hatte von, nicht Panikattacke, aber schon Angst, also ich hatte Angst vor der Zukunft. Ich habe auch zum Beispiel in der Zeit dann von August bis Ende Dezember nicht richtig regelmäßig in meine Kalender geguckt, weil ich Angst davor hatte, was da jetzt alles kommt. und dann dachte ich mir, okay, das sind alles Sachen, die dir viel Spaß machen, aber es ist too much, es ist zu viel und dann habe ich gesagt, ich cancel jetzt mal einfach die Tour und habe dann bis Juni, ich glaube 23, gespielt und habe dann gesagt, Feierabend jetzt, weil es zu viel ist. Und aber, also wenn jemand wie du, der ja ganz viel lange gearbeitet hat und viel zu viel gemacht hat und wie ist das dann, wie waren die ersten Wochen für dich? Also am Anfang ist es ja geil, ne, denkt man, ach Mensch, ausschlafen. Da ist es nicht aufgefallen, also da fällt es nicht auf, wenn du denn, also ich habe ja gesagt, ich mache jetzt Pause von jetzt bis, Fragezeichen. Also es gibt ja jetzt auch noch nicht so eine Ansage, dass ich sage, die Pause dauert jetzt noch ein Jahr und dann geht es weiter, sondern da ist immer noch ein Fragezeichen da und dann ist jetzt, es sind sieben oder acht Monate her, richtig fehlen tut es mir noch nicht. Also da ist noch kein so Entzug, dass ich denke, oh Gott, mir fehlt das jetzt. Ich finde das ja auch total super mit Pausen und du hast aber noch diese Promo, den Promo-Wahnsinn zum Buch gehabt, aber dieses, wenn man so gewohnt ist, so viel zu machen und dann eben nichts zu machen, also ich kenne das so von meinen Eltern, die jetzt in der Rente sind, wie schwer fällt es denen, das ist, die drehen durch. Aber haben die nicht jetzt zu tun? Also als meine Oma auf Rente war damals, ab dem Datum habe ich die nicht mehr gesehen. Naja, nee, das ist eher so, dass diese Arbeit fehlt und dieses Abkühlbecken ist halt kalt und das, davor hatte ich auch immer so Schiss, dieses mal runterfahren und nichts machen und ich kann das auch nicht lange, aber ich finde das auch schwierig auf jeden Fall. Wüsstest du jetzt schon, wenn ich dir sage, das ist jetzt verboten, ab morgen Podcast zu machen, was du denn machen würdest? Sofort, klar. Was würdest du machen? Ich würde mehr Fotos machen, ich würde mehr um die Welt reisen, ich würde mehr schreiben. Würde dir das fehlen, wenn ich dir das jetzt wegnehme und sage, leg mal für dich jetzt eine Pause ein, von heute bis? Das würde mir schon sehr fehlen, weil es mir gerade irrsinnig viel Spaß macht. Also ich würde auch sagen, das letzte Jahr war so mein, was das Podcast-Jahr betrifft, das beste Jahr für mich. Und das hat nicht mit Kloppo zu tun, sondern einfach, da sind so viele, für mich wahnsinnig wichtige, tiefe Gespräche gewesen und wo ich ganz viel so, wie man so schön sagt, mitgenommen habe und irgendwie gemerkt habe, irgendwie passt gerade irgendwie alles. Und das, ja, so fühlt es sich gerade an. Deswegen wäre es jetzt so, wäre es so, würde ich sagen, Mensch, Kudi, lass mich nochmal ein Jahr machen. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich irgendwann mal eine längere Pause machen werde. Davon auch deswegen nicht nur, weil man mal eine Pause, sondern diese Anhaftung zu Sachen, weil man so, man ist dann… Man wird so so ein Fachidiot. Man wird so, man ist so ein Podcaster oder man ist so anhaftend an eine Sache und dann wird man auch ein bisschen irgendwann vielleicht auch zu ängstlich, dass da irgendwas kaputt gehen könnte oder so. Und das will ich ja nicht. Und außerdem gibt es ja so viele andere Sachen, die man machen kann. Und das ist also so. Und jetzt gerade finde ich es super, weil ich einerseits den Podcast machen kann, der mich super erfüllt beruflich und ich habe aber genug Zeit auch noch für meine Familie. Und ich habe Zeit für Kind und Frau und Urlaub fahren mal und so. Der Podcast, Heike, ist sehr familienfreundlich. Ist sehr familienfreundlich. Also Tour ist immer, selbst in Berlin um 8 Uhr. Das heißt, Abendbrot kriegst du nicht mit. Freunde, lass mal bitte, nee. Aber ich finde es so geil, dass du genau an so einem Tag kommst. Es war toll. Weil ich spiele ja, wie habe ich gespielt? Ich habe drei, vier, na zehnmal bestimmt pro Jahr in Berlin gespielt und dann kommen halt Leute. Aber als du kamst… Kam keiner. Stell dir mal vor, du wärst jetzt mein Biograf gewesen. Das wäre hart. Bin ich. Oder ein Journalist, schreib mal über meinen großen Erfolg in Berlin und dann sitze ich da mit meinem Denmanager. Ja, und hier sushi nochmal ein bisschen. Ein trauriger Tag. Ja. Ist sehr familienfreundlich. Weil 8 Uhr fängt so eine Show an, live. Und dann kriegst du das Abendbrot nicht mehr mit und du siehst abends auch keinen, wenn du nach Hause kommst. Und jetzt ist es halt geil. Ich weiß nicht, wie spät ist jetzt. Jetzt ist Viertel vor drei. Details. Abendbrot ist safe heute zu Hause. Und wie ist es für deine Kinder, dass die dich jetzt öfter sehen? Geil. Ja. Ich könnte jetzt Comedy-Geschichten machen, dass die sagen, ach Gott, der Alte ist schon wieder da, aber die freuen sich richtig. Cool. Also so, dass man Dates hat. Dass man sagt, ich war, gestern hatte ich hier eine Aufzeichnung, weil ich ein Fahrrad kaufen. Weißt du? Für ihn. Ja. Und dann dachte ich so, ja geil. Super. Hätte ich jetzt vor einem Jahr, hätte das bestimmt so drei Wochen gedauert. Weißt du? Und möchtest du der Lustige sein? Äh, nee. Nee. Ich merke ja, dass ich so ein Naturstone bin, glaube ich. Kiffst du? Nee, nicht mehr. Also seit ich 28 bin, nicht mehr. Kam nicht gut an. Habe ich schon mal drüber geredet im Podcast. Ich kriege dann so, lande im Horrortrip. Oh shit, ja. Kiffst du? Ganz selten und immer nur, wenn in bestimmten Umgebungen, also Natur eigentlich. Ich würde das gerne. Ich würde gerne zum Runterkommen kiffen, aber es bei mir überhaupt nicht, kommt überhaupt nicht gut an. Nee, dann solltest du es unbedingt lassen. Weil ich auch nicht mehr saufe. Ja, das wissen wir. Also viel bleibt ja nicht mehr. Ab und zu ein Kieber. Hast du manchmal so Gäste, wo du nach Hause gehst und denkst so, boah, heute geh ich früher schlafen, das war mir too much jetzt? Auf jeden Fall. Wenn das so richtig deep wird, wo du denkst, boah, anstrengend. Nicht anstrengend im Sinne von, die Person war anstrengend, aber wenn man so manchmal, also manche Sachen waren dann schon sehr tief. Ja. Und ja, da merke ich schon so, boah, und dann ist es natürlich auch schwierig, was will man da, also das darüber reden ist auch irgendwie merkwürdig, weil das ist irgendwie, das hilft dann auch nicht so richtig. und ja, das merke ich schon, dass ich manchmal, also, oder auch richtig erschöpft bin und merke so, boah, das war jetzt, hui. Und weil der jeweilige Gast dann irgendwas geöffnet hat, wo es schwierig ist, drüber nachzudenken, oder? Ja, also das ist, ja, wenn das sowas ist, oder manchmal, wenn man merkt, also ich hätte das so zweimal, und das habe ich danach tatsächlich auch rausgenommen aus dem Podcast, weil ich merkte, boah, das war jetzt einfach zu tief in den Keller reingeguckt. Das machst du sonst nicht, ne? Bei dir würden nicht jetzt die Schnitten, wenn ich jetzt nach dem Podcast sage, nimm mal das und das und das und das raus, sagst du, nee, gibt's nicht. Das würde gehen, aber du kriegst es nicht immer zum Anhören, das gibt's nicht, aber wenn du sagst, hier, wo ich erzählt habe, dass ich mit 28 immer stoned war, das nehmen wir raus, das kommt ohne Frage raus, genau. Nee, aber manchmal ist, ich finde es ja auch manchmal so, ich finde auch manche Sachen gehören, wenn die zu privat werden, dann finde ich, muss man auch einen Gast schützen. Ja. Ja, also das finde ich. Das haben wir hier auch, dass wir ganz viele Sachen rausschneiden, wo ich sage, nee, lieber nicht. Schwierig. Ja, und das ist ja auch, also das. Also vor allem, die Leute würden das ja hören und könnten keine Nachfragen stellen. Wenn man Nachfragen stellen könnte, wäre es in Ordnung, vielleicht, aber manchmal sind Sachen bei, wo ich so, also gleich nach der Aufzeichnung sage, ne? Das lieber nicht. Und dann, wie ist die Redaktion, ist schon, ja, nehmen wir raus. Gibt's ein Gespräch, was du nicht gesendet hast? Nee. Nee. Gar nichts. Aber das Format hier ist ja auch nicht so aufgebaut, dass die Redaktion jetzt Matze einlädt und sagt, aha, da hat der Krömer schon 20 Mal gesagt, den kann er nicht leihen und dann wird's richtig eklig. So, das haben wir ja nicht. Bei dir war das mal so, dass einer, ja, es gab's ein paar Mal, aber ich, das, der gar nicht senden wollte, also der das nicht wollte, dass das ausgestrahlt wird? Das gab's, das gab's, das gab's, es gab aber auch schon die Fälle, wo sowohl Gast als auch ich gesagt haben danach, nee, das war lieber nicht, also... Eine ganze Folge? Ja. Und bei dir sind ja die Folgen so knapp zwei Stunden immer, ne? Das waren sogar längere Folgen, ja. Wo denn, also wo du zweieinhalb Stunden versucht hast, ins Gespräch zu kommen oder wo ein Teil in diesem Gespräch war, der alles kaputt gemacht hat? Ja, es gibt eine Folge, ich kann das, ich will nicht über die Person reden, aber da warst du ein Beispiel, da hab ich gesagt, das Gespräch ist ein Schick-Römer-Gespräch damals, als es es noch gab, weil das eher ein Boxkampf war, als ein Hotelbar-Gespräch, das passt nicht hierher, es passt nicht ins Hotelbar-Gespräch. Wo ihr euch gestritten habt, ne? Ja, ja. Krass. Und, ähm, oder im Rahmen, also Streit ist für dich, glaub ich, was anderes als für mich, aber so im Rahmen meiner... Naja, wenn man sich völlig uneins ist. Also wenn ich dir eine Frage stelle, die ein Meter breit ist und du immer sagst, jo. Ja, oder Max. Ja, kann sein. Kann sein, sowas merkt man oder wenn es, keine Ahnung, die Werte sich doch unterscheiden, ja. Oder wo ich immer rückantworte, ja, es stimmt nicht. Das ist auch falsch recherchiert. Falsch recherchiert. Ja, nee, hast du falsch recherchiert. Lou Reed war so, glaub ich. Lou Reed, hab ich ein paar Interviews gelesen, dass der die Journalisten immer richtig zur Sau gemacht hat und die das vorher auch schon wussten. Und es irgendwie zum Sport dazugehörte, sich von Lou Reed einmal richtig zusammen machen zu lassen. Nee, stimmt so nicht. Stimmt so nicht? Stimmt so nicht, wie sie das fragen. Stimmt so nicht, stimmt so nicht. Und sag mal dieses, also ich kenne dich ja auch als jemand, der sehr viel aus Widerständen zieht. Also zumindest so, ne, am Anfang Comedy machen, da kommt keiner. Trotzdem weitermachen, weitermachen. Auch Leute, die einen doof finden, trotzdem weitermachen. Widerstand, Depression, trotzdem weitermachen. Widerstand, Schickrömer, da sind die Arschlöcher. Öffentlich darüber reden. Das war ja auch der Widerstand der größte eigentlich, weil ich ja nicht mehr vor und zurückgekommen bin irgendwann. Und jetzt scheint es ja so, dass du sehr wenig oder wenigere Widerstände hast. Ich hasse Podcast. Jetzt ist es raus. Nee, da hast du recht. Ja, ja, dieser Podcast hier zum Beispiel ist so ein Null-Widerstand-Ding. Also hier ist nichts, wo ich sage, finde ich schrecklich. Dass ich den Medium-Podcast nicht gut finde oder dass ich jetzt hier Gäste einlade, wo ich sage, komm, hier mal Rambazamba ordentlich. Heute nehmen wir mal den Matzer auseinander. Richtig auseinander. Jetzt habe ich hier so eine Liste von Sachen, wo ich denke, da hast du falsch gemacht. Das ist vorbei. Also ich habe gemerkt, ich habe bei der Comedy auf der Bühne gemerkt, das ist für mich, die Schiene ist vorbei. Ich habe bei Schickrömer gemerkt, die Schiene Fernsehen ist auch vorbei. Und ich bin ehrlich und sage dir, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt nochmal, wenn einer kommt und sagt, wollen Sie mal Fernsehen machen, würde ich vielleicht sagen, ja, hätte ich Bock drauf, aber ich weiß gar nicht was. Also ich bin auf der Suche für den Nachfolger. Weißt du? Was du als nächstes machst. Und ich weiß, es wird keine Boxbude mehr werden. Das war übrigens spannend, dass Jakob Heinen dein nächster Gast ist. Ich kenne ihn seit 20 Jahren, bin ich befreundet mit ihm. Und bei der ersten Folge Schickrömer hat er mir eine SMS geschickt, da stand drin, jetzt machst du ja schon wieder was, was überhaupt nichts mit deiner Kernkompetenz Comedy zu tun hat. Und dann dachte ich damals, er ist der Psychiater, der Sack, wo ich dachte, ja, das ist jetzt so eine Freundschaftsansage, hat aber auch ein bisschen was Psychologisches, dass man eine Sache macht, bei der man sich nicht zu Hause fühlt. Weißt du? Also ich hätte ja auf Nummer sicher gehen können und hätte eine Comedy-Show machen können, wo ich Stand-Ups erzähle oder wo ich mir Freunde einlade, die Stand-Ups machen und dann machst du einfach Comedy. Jetzt dann natürlich viel, viel leichter ihr habt. Im Fernsehen. Ja. Ja, unbedingt. Das machen ja viele auch. Aber bei der Sache war es halt, also, ja, so ein bisschen gegen den Strom. Aber ich habe das Gefühl, dass du das auch… Das ist aber nicht aufgegangen, als Konzept für immer, weißt du? Wenn du jetzt deinen Podcast, würde ich, also, wenn du Bock darauf hast, würde ich dich darin sehen, wenn du mit 85 das nochmal machst. Und ich würde nicht sagen, ach Gott, jetzt mit 85, jetzt ist er ein bisschen zu alt dafür, kann er in seinem Alter nicht mehr machen. Nee, kannst du bis 120 machen. Aber Schickrömer, das Format war für mich klar, das ist endlich. Ja, das geht ja auch nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber fehlen dir manchmal die Widerstände jetzt? Nee. Also, ach so. Ich habe ja gelernt, dass die Widerstände, das bringt ja nichts. Also, es hat ja nichts gebracht, mich bei Schickrömer, mich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten, Widerstand zu präsentieren. Also, ich war ja zum Schluss, das Schlimmste war für mich, dass ich so ein, zum Schluss behandelt worden bin, wie so ein Richter. So, weißt du? Lad mal den ein und sag mal dem, dass er ein Arschloch ist. Ja. Weißt du? Also, dass ich so der Einteiler war für gut und böse. Matze ist heute hier als Gast und zum Schluss sagt er allen ja, er ist gut oder schlecht. Und das fand ich irgendwie schon leicht zum Kotzen irgendwie. Ja. Und ich dachte, das möchte ich nicht. Ich will jetzt nicht für euch die Welt einteilen, weil, stell dir mal vor, ich sitze auf dem Platz gegenüber. So, weißt du? Was könnte man mir alles vorwerfen, was ich nicht richtig mache? Und dann habe ich so gemerkt, nee, ich bin hier nicht richtig gnadenlos, Leute. Weißt du, ich bin auch kein Fußballtrainer, wo Fußball gespielt wird und du 83 Millionen Trainer hast, die das alle besser wissen. Weißt du? Er hätte doch den Ball einfach nur ins Tor schießen müssen. Das kannst du danach, kannst du das gut sagen. Aber da dachte ich, ich möchte da nicht stellvertretend für euch jetzt hier stehen und für euch die Welt einteilen. Und wie ging es dir damit, dass die Leute dich bewertet haben damit? Also, gerade bei der Julian Reichelt-Folge, da haben dich ja wirklich auch in den Medien gesagt, so kann man den ja nicht interviewen und so weiter. Also, da gab es ja auch nochmal so eine andere Art von Bewertung von dir. Das ist wie im Kindergarten, dass ich jetzt antworten müsste, dann setzt du dich da hin und mach das besser. Also, das hast du jetzt falsch gemacht, das ist ja eine Gefühlsgeschichte. Ja, voll. Ich kann jetzt auch Gäste bei dir rauspicken und sagen, den hast du falsch interviewt. Absolut, ja klar. Was ist jetzt mit Julian Reichelt passiert? Also, wo war derjenige, diejenige, die den jetzt auseinandergenommen hat? Kann man den überhaupt auseinandernehmen? Nee, ich habe das auch nicht so empfunden. Ich habe nur gemerkt, dass es da großen Widerstand gab, wo ich immer dachte, Leute, ich weiß nicht wie viel. Ich glaube, ich habe 45 Folgen Schickrömer gemacht und das war zum Schluss so die einzige Sache, wo ich dachte, verkackt auf alle Zeiten, weil der Julian Reichelt irgendwie in der Sendung hatte. Da dachte ich so, habt ihr euch die restlichen Sendungen auch angeguckt? Ja. Und das fand ich ein bisschen schwierig. Finde ich auch. Da dachte ich auch immer, das hörte sich immer so ein bisschen an wie Neid, weißt du? Also, dass Journalisten jetzt denken, nee, 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 der ist ein Komiker. Der ist ja kein Journalist, der darf uns hier nicht, der darf uns jetzt hier, der darf uns nichts von der Suppe wegnehmen, weißt du? Und dann dachte ich so, komm, ist albern. Julian Reichelt steht immer noch zur Diskussion, kann sich jeder greifen, kann jeder einen Artikel drüber schreiben oder einen Einspieler drehen oder so. Aber das war auch so ein Metier, da denke ich dann selber, ey Leute, ich bin Komiker, was soll ich mich jetzt hier aufregen, weißt du? Ja, ja, sowieso. Aber es ist natürlich die Frage, also ich meine, man ist ja nicht nur eine Sache, du bist ja auch nicht nur Komiker, also Jakob hat zwar recht, logisch, er ist ein Psychiater. Das ist das Problem, was ich mit ihm habe, dass der immer recht hat. Aber du bist ja auch noch viel mehr, deswegen finde ich das jetzt auch nicht. Der ist doch wie so ein Ausflug, ne? Das ist für mich, ist das ein Ausflug. Ich möchte jetzt, ich habe ja immer mich Starjournalistin an zum Beispiel, was ich lustig fand, stand dann aber auch in Artikeln. Der Starjournalist ist jetzt wieder mit einer neuen Schick-Römer-Folge vertreten, wo ich dachte, so schnell geht das. Weißt du, hätte ich jetzt geschrieben, ich bin Starimmobilienmakler, wäre ich Immobilienmakler gewesen und das geht sehr schnell. Aber Journalist ist ja eh so, ne? Ich kann mich ja Journalist nennen. Das kann ich nicht geschützt, aber ich würde das zum Beispiel nie machen. Bist du, du bist kein Journalist? Nee. Obwohl du arbeitest wie ein Journalist. Ich arbeite. Im Gegensatz zu mir ist er sehr gut vorbereitet. Ich versuch's zumindest. Würdest du den einladen zum Beispiel? Nee. Du lädst ja auch jetzt, du hast keinen von der AfD oder so, ne? Würde ich auch nicht machen. Jetzt kein Rechtsextrem, den du einlädst. Nee. Nee, das ist dann aber auch, das passt dann auch nicht zu dem Format und dann, ähm, das, ich will es, also ich will auch nicht mit Alice Weidel reden. So, also ich glaube auch nicht, ich glaube dann, also doch, anders, ich würde gerne mit ihr reden, aber ohne Mikro. Ähm, das, ich würde, glaube ich, mit jeder Person reden, aber es muss nicht immer Mikro sein und es muss auch nicht immer dann Hotel Matze sein. Ich glaube, das passt dann auch einfach nicht und es ist dann komisch, wenn du dann in so einem Tag, keine Ahnung, da kommt dann Mittwoch, letzte Woche, äh, Kurt Krömer und die Woche drauf Alice Weidel. Das ist dann irgendwie auch für dich komisch. Also wie bei Sheik Krömer. Ja. Heute Teddy, nächstes Mal Erika Steinbach. Also da war das wirklich so, aber das ist dann dein... Von Disneyland ins Gruselkabinett. Ja, aber es ist bei Sheik Krömer ja völlig in Ordnung, das ist das Konzept, also das gehört dazu, so, aber das ist dann für sowas, was ich da mache, irgendwie schwierig und eben auch so diesen, die sind ja auch so, man merkt das ja auch in den Interviews, also gerade die AfD-Leute, die sind auch wahnsinnig rhetorisch, unglaublich, wie die das, wie, also, das muss ich sagen. Ja, sozusagen auch gut machen, da würde ich, das würde ich nicht... Ja, du musst es ja nur verneinen, also ich kann ja zum Beispiel sagen, Matze hat mir jetzt gerade mein Portemonnaie geklaut und dann kannst du tausendmal sagen, du warst es nicht, wenn ich immer wieder behaupte, ist es aber weg. Ja. Du warst jetzt hier. Ja. Dann musst du dir die Wesen senden. Dann ist die Sendung vorbei, du verklagst mich, kriegst dann auch Richt, weil der Richter sagt, naja, können sie nicht einfach so behaupten, aber dann ist ja die Sendung schon im Kasten. Ja, genau. Weißt du? Ja. Hat ein Wissenschaftler, den ich sehr gut kenne, hat das gesagt, so und dann fragt XY, wie ist ich, Chrupalla, wie heißt denn der Wissenschaftler, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Weißt du? Ja. Also das gilt ja nicht als Antwort. Ja. Wenn ich in deiner Sendung irgendjemanden beschuldige, der hat das dann gemacht, dann fragst du mich, woher weißt du das? Und dann sag ich, ja, den Namen hat er mir vorhin gesagt, aber ich hab den Namen vergessen. Mhm. Wo Fakt ist, der lügt doch. Ja, ja, voll. Weißt du? Ja. Und dann weiß ich, also ich hab früher bei Sheik Römer, bei Erika Steinbach, weiß ich noch, hab ich echt einen Arschvolle gekriegt, irgendwie, weil viele gesagt haben, Nazis lädt man nicht ein. So, man redet nicht mit Rechten öffentlich, man bietet denen keine Plattform. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch so, komm, leck mich, ich mach das jetzt, weil die sind vorführen, fand ich gut. Wie siehst du das jetzt? Heute wollte ich gerade sagen, weiß ich nicht, würde ich es nicht mehr machen. Also ich hab, ich glaube, Chrupalla war bei Maischberger und bei Lanz. Bei Lanz, ja. Ich hab beide Sendungen gesehen. Da war noch einer, das war auch so ein Wissenschaftler von der AfD, der war bei Hart aber Fair. Also drei AfD-Leute in drei Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen, fand ich gruselig. Ja. Also da haben, also Maischberger vielleicht so ein bisschen, hat so Chrupalla gut Parole geboten, aber die anderen dachte ich so, ihr seid zu fair. Ja. Also weißt du, wenn du, wenn du demokratischer Journalist bist, Journalistin und du hast deine Regeln und wenn du nicht fies spielen möchtest, was du nicht darfst, dann kommst du nicht weiter. Ja, ja. Ja, nee, deswegen, ich glaube auch, da muss man, also das ist, das ist die Brandmauer, finde ich. Aber würdest du sagen, die nicht mehr einladen? Na, öffentlich-rechtlich müssen die einladen. Das, ich sehe, das ist, das ist der Rundfunkauftrag, die sind ja absolut, ne, die Umfrage geben sie 20 Prozent jetzt und so weiter. Also die, das ist der Auftrag, den die haben, die müssen die einladen, sonst dürften die auch nicht jemand anders einladen, dann dürften die auch nicht irgendwie den netten Lars Klingbeil einladen. Ja. Also das muss sein. Also ich finde da, aber jetzt Privatwirtschaft, Podcast, nein, sehe ich überhaupt nicht so, dass man das, dass man das müsste, nee, nee. Es ist nicht genauso schlimm, wenn ich jetzt, also ob ich jetzt jemanden von der AfD einlade oder mit dir jetzt, den ich sehr mag, über die AfD rede, ist doch beide unangenehm. Naja, das ist falsch. Nur, dass man mit dir wieder switchen kann und sagen kann, okay, wir können auch wieder. Wir können was anderes reden und vor allen Dingen, das habe ich neulich gedacht. Weil du machst das ja auch, ne, du redest dann von deinem Dorf aus Brandenburg, wo du herkommst, wo auch viele Nazis sind irgendwie, von denen du weißt, mit denen hast du früher gespielt und dann ist das ja auch unangenehm. Für mich ist das ein großes Thema, natürlich, weil das, ja, also es ist einfach ein großes Thema, Punkt. Und ich frage mich aber jetzt auch in der Zeit, jetzt können wir darüber reden und uns wieder selbst vergewissern, aber früher konnte ich in meinem Dorf diskutieren. Ich konnte mit denen, also ich konnte auch wegrennen vor denen und was auch immer, aber jetzt fühlt sich das, also ich bewege mich eben auch in diesen Bubbles, wo wir uns vergewissern und sagen, wir haben Angst, wir sind entsetzt, wir sind dies und das sagen wir uns die ganze Zeit. Und man kann auch, finde ich auch wichtig, auf die Straße gehen, aber ich finde auch, also das frage ich mich auch gerade so, wie jetzt Landtagswahlen, was mache ich da? Also so, ich hatte das Gefühl, mit 16 hatte ich eine größere Wirkmacht, weil ich diskutieren konnte mit denen als jetzt. Und eigentlich habe ich jetzt, wenn man so will, viel mehr Reichweite, aber auch dieses dazu was posten und so weiter. Ich finde das ja, also ich, klar, ich finde es auch wichtig, dass man seine Meinung teilt und auch seine Haltung sagt. Aber ist es nicht auch immer wieder so, auch so ein bisschen so ein Abgreifen von, ich meine, ey, also ich kann mir nicht vorstellen, wer jetzt irgendwie eine Stunde oder zwei oder drei Stunden Hotel Matze hört, ist irgendwie rechts. Naja, wir sind, also ich nehme an, wir sind jetzt bei Level 2, dass man, klar müssen wir beide jetzt nicht mehr sagen, dass wir was gegen Rechte haben. Das wissen eh alle, aber wir können jetzt zum Beispiel sagen, geht weiterhin auf die Straße. Ja, das ist schon. Weißt du, das? Wir können jetzt sagen, bringt es jetzt was, Nazis einzuladen, ja oder nein? Also bringt halt nichts. Weißt du, es geht ja immer darum, dass ich jetzt, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte ja 50 Prozent meiner Hörer sind Nazis, dann würde ich die damit verschrecken, wenn ich sagen würde, denk mal dauernd darüber nach. Weißt du, also ich kenne Leute, die haben Familienmitglieder, die die verloren haben. Die sind weg, die sind wie Gehirn gewaschen, wie in so einer Sekte, dass Leute auch hier in der Sendung sagen, ich habe versucht mit der Tante zu reden, ich komme nicht mehr an die ran. Weißt du, dass die Frage für uns jetzt ist und darüber kann man ja sprechen irgendwie, wie erreichen wir die? Weißt du, also haben wir Leute, die immer verloren sind? Gibt es noch Leute, wo man sagt, wenn wir uns die jetzt greifen, dann kriegen wir die noch? Ich glaube schon, dass man mit den Leuten unbedingt reden muss. Wo gehen wir da hin? Also wenn wir jetzt hier in diesem Podcast sitzen oder wenn ich zu dir komme, dann ist Fakt, da werden wir keine aufklären. Die sind schon gut drauf. Dafür sorge ich uns seit sechs Jahren in meiner Community zum Beispiel, dass das hier, dass das Arschloff frei ist. Aber wie geht es jetzt weiter? Das ist ja die Frage. Wir können im Sommer nach Cottbus fahren und reden oder wo auch immer hin. Also es gibt ja viele Orte, wo man sagen kann, also nicht sagen, jetzt treffen wir uns wieder alle, die in unserer Meinung sind, sondern... So ein Bürgergespräch, wie bei Politikern, dass man sagt. Ja, eigentlich, also ich finde es ja, also ja, also ich glaube, das ist eher das, was man machen sollte. Also jemand wie du und ich, also ich glaube, man kann auch Leute verzeugen. Linksversiffte Systemlinge, meinst du jetzt? Wir sind ja Systemlinge, aber ich glaube, man kann auch mit Menschen... Marionetten. Marionetten. Systemling finde ich auch Wahnsinn, aber... Staatsfunk. Staatsfunk. Obwohl, wir sind ja freie Marktwirtschaft. Absolut. Aber trotzdem, doch richtig. Aber hier ist immer noch Staatsfunk. Du bist Staatsfunk, das ist deine RBB-Nummer noch. Ja, ja. Das hängt hier hinten dran. Ne, naja, also wir können nach Cottbus fahren, ich glaube, das könnten wir machen. Und dann setzen wir uns auf den Marktplatz. Und sagen, ja oder? Aber dann kommen ja wieder nur die Leute, die uns gut finden. Ja, das stimmt. Also wir müssen vielleicht da hinfahren und es gar nicht sagen, sondern wir gehen einfach, wir ziehen einfach so ein bisschen, wir ziehen ein bisschen durch die Kante. Gucken wir uns jetzt beide gerade an und denken so, irgendwie eine geile Idee, aber irgendwie auch so... Ne, ich sehe da gerade, wir sind auf dem Marktplatz von Cottbus. Mega Equipment. Irgendwie stehen vier Leute. Richtig gute Mikrofone haben wir am Start. Wir sind richtig gut am Tor. Ja, aber vier Leute ist doch super. Wir müssten vorher noch drei Monate Werbung machen. Die Leute, die uns gut finden, können uns am Arsch lecken. Ja. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen ja die anderen. Ja. Genau. Ja. Na ja, sollten wir noch mal drüber nachdenken. So, wollen wir noch über Krankheiten reden, die wir da kriegen können? Hast du ein Stück Schokolade vielleicht mal essen auf dem Nachmittag jetzt hier? Die gute Nappo-Follmilch-Schokolade. Mh, Kudi. Drückt. Drückt. Ja. Bedrückend. Nicht erst mal ein Stück Schokolade. Mit so einem sonnigen Podcaster, der immer nur gute Leute einlädt, gute Themen hat. Wo ist die gute Laune hin, Matze? Wo sind wir denn? Bin ich denn? Was ist denn Schifilof? Komm, lass mal jetzt darüber reden, warum das jetzt so ist. Ich, ähm, naja, es beschäftigt uns ja. Ja, klar, weil die Frage ist bei mir schon seit längerer Zeit, verdränge ich jetzt? Weißt du, reden wir jetzt nur über die Erfolge von Matze, was du schön findest, wo du im Urlaub warst, wo du noch hin möchtest, verdränge ich das, was gerade abgeht oder benenne ich das? Beides wäre eigentlich ein gutes Ziel, dass man sagt, wir gehen ja jetzt nicht weinend aus der Sendung raus, weißt du, aber wir haben es zumindest angerissen. Ja, ich find benennen auch gut, aber trotzdem denke ich immer noch so dieses, also Cottbus, irgendwie, ich denke halt, wir sitzen in diesem Raum und um uns herum sitzen nur Menschen, die uns gerade Recht geben. Wenn da mehr als vier Leute kommen, bin ich dabei, sag ich dir. Ja. Wollen wir uns da was ausdenken? Ich find das gut. Ja. Ja. Cottbus ist eigentlich eine interessante Stadt. Ich hab da immer gerne gespielt. Aber ey, wie traurig. Hättest du gedacht, dass du in deinem Leben über sowas mal reden wirst? Naja, ich hab's ja nicht. War nicht echt das Schärfste und Geilste, dass die Mauer gefallen ist, wo ich so dachte, okay, das hab ich jetzt miterlebt, krasser wird's in meinem Leben nicht werden. Als positiver Effekt mein ich das, ne? Als große politische Geschichte, wo ich als Opa meinen Enkelkindern von erzählen werde. Wo ich sagen würde, das größte politische Ding, was ich hautnah miterlebt habe, ist der Fall der Mauer. Wie hast du das miterlebt? Ich war, ich weiß ja, ich glaube neunte Klasse, bin morgens aufgestanden und wollte zur Schule und meine Mutter hat aus dem Wohnzimmer, wo sie Fernsehen geguckt hat, die sagte, du musst heute nicht in die Schule. Wo ich dachte, geil. Check. Und dann, warum nicht? Die Mauer ist gefallen. Wo ich dachte, nicht in die Schule, Mauer ist weg, das muss was Geiles sein. Das muss unbedingt geil sein. Und ich war halt damals 16 und dachte so, weißt du, mit 16 voll in der Pubertät wolltest was erleben. Auf einmal war Berlin doppelt so groß als vorher, weil ich dachte, also für mich läuft's. Ja. So, von daher ist das für mich bis heute ne geile Geschichte. Und es gab doch damals dann diese... Das Bier eine Mark. Aber es gab ja diese Anarchie-Zeit, diese zwischen 89 und 90 oder 91, wo so irgendwie alles drunter, wo sie Leute einfach Häuser genommen haben, Wohnungen genommen haben, besetzt haben, weil die Bewohner, Bewohnerinnen einfach Koffer gepackt und raus sind. Und hast du das auch so erlebt? Also hast du Berlin auch als so einen wirklichen, ja eigentlich anarchistischen Ort erlebt? Ich war zu der Zeit, glaube ich, nicht großartig politisch denkend. Nicht im politischen Sinne, sondern einfach so denken so, hier geht ja alles. Ich weiß gar nicht, 89 war ich achte, neunte Klasse oder so. Politisch wurde das erst dann nach dem Abgang aus der Schule. Und bist du durch Berlin richtig durchgefahren? Ich weiß, dass ich in diese ganzen, in diese besetzten Häuser halt gegangen bin. Damals hier, Hackischer Markt, war ich immer gerne. Also 89, ne, 90, wo diese ganzen Galerien waren und wo Kneipen waren, die gesagt haben, also diese Woche sind wir noch hier, nächste Woche sind wir woanders, wir wissen aber noch nicht wo, weißt du? Ja, so Kellersachen habe ich viel gelesen, ne? Irgendwelche Sachen ausgebaut, zack. Besetzte Häuser, die Bar ist morgen hier, drei Straßen weiter, vierter Stock oben links. Ich stelle mir das Fahne nicht toll vor. Also diese Zeit, also diese, also ich kenne auch noch den Hackischen Markt. Aber wann bist du denn nach Berlin gekommen? 99, aber ich war vorher schon ein paar Mal da und hab das auch so ein bisschen, ja, also ich kenne eben noch so diese, also ich kenne auch den Alexanderplatz als absolutes Moloch. Diese Unterführung, wo es nach Pisse gerochen hat und wo denkst du, bitte. Wo sich jetzt ehrlich gesagt Alexanderplatz nicht so viel geändert hat. Nee, aber da. Ist immer noch sehr hässlich. Ist noch immer, ja, aber so diese ganzen Unterführungen zum Beispiel, die waren ja alle dunkel, es war, es war, also für mitten in der Stadt, Wahnsinn, was für einen Zustand dieser Alexanderplatz. Ja, bis zur Fußball-WM war, fand ich. Dann hat sich's geändert. Und ich kenne auch so dieses, genau, als Hackischer Markt, Tacheles. Tacheles. Wahnsinnig toll. So dieses Ufo hinten, wo du irgendwie, da kiffen, herrlich. Ja, ja, da haben wir viel gekifft. Und das fand ich toll. Aber ich hab so diese ganze, natürlich diese 89, 90, was man jetzt so ein bisschen lesen kann auch, das stelle ich mir krass vor. Dass du so, ne, in der, in der Rieke-Straße da, du gehst in ein Haus rein, sagst du, ja, hier wohne ich jetzt. Und so haben die das ja gemacht. Und da waren einfach Wohnungen, die von heute auf morgen, wo die Leute sagten, Mauers gefallen, ich hau ab. Ja. Ich geh Westen. Ja, ich geh Westen. Ich geh Westen. Ja, und das find ich toll. Also das, ähm. Das war geil. Also ich versteh auch bis heute nicht, was da, äh, was da los war, dass es denn, dass es denn gegen den Osten ging. Also ich kann, ich kann mich an die Zeit erinnern, wo dann, äh, durch die Ostler, die alle in den Westen rüberjagen sind und Sachen gekauft haben, als bei Aldi denn der Schokopudding nicht mehr vorrätig war. Ach Gott. Da kippte so die Stimmung. Das kippte die Stimmung. Jetzt kommen die hier rüber und fressen uns alles weg. Dem Schokopudding. Und der Scheißpudding am nächsten Tag palettenweise wieder dastand, das wurde nicht gesagt, aber da hab ich so gemerkt, okay, da wird uns was weggenommen, jetzt sind wir dagegen. Scheiß Schokopudding. Ja, und die 100 Mark natürlich. Ja, das war natürlich hart. Ich hab mich angestellt, ne, an der Bank, als Westler. Nein. Bin aber, ich hab mich aber nicht getraut bis zum Schalter, also ich bin dann irgendwann wieder gegangen, dachte, das wird doch nicht hier. Ich hab ja auch keinen Freischalt. Weißt du, das ist, das ist, das zeigt sich der Wessi hier, da zeigt er sich. Also mal von wegen, dass, der Gutmensch Krömer, der Gutmensch Krömer hier nehme ich. Das waren auch die Westler, das waren auch unter den Westler. Ja, ich hab eine Dokumentation gesehen, hat einer gesagt, vier oder fünf Mal hat er sich die 100 Mark abgeholt. Ja? Ja. So. Das fand ich toll auch, das ist richtig, richtig super. Da freut man sich mit, ne? Da freut man sich irgendwie mit, ja. Mach nochmal. Ja. Nee, kann's nicht verstehen. Ja, gut, Schokopudding. Ja. Schokopudding. Und was hat dich politisiert? Also nach dem Schokopudding? Das war dann mit 17. Und dann mit 17 hab ich das erste Mal den Bad am Mainhof-Komplex gelesen. Also da kippte das komplett, wurde das voll politisch. Dann hab ich ein Mädchen kennengelernt damals, die auch politisch unterwegs war. Und dann war ich voll drin gegen das Schweinesystem. Ja. Mit Punks abgehangen und so. Und hab mich da sehr wohl gefühlt. Und hattest du auch wirklich ernsthaft das Gefühl, dass es ein Schweinesystem ist? Ja. Ja. Ja, klar. Wenn du arm bist irgendwie. Ich bin ja dann damals, also bin jetzt nicht ärmlich aufgewachsen, aber nachdem ich das zu Hause verlassen hab, bin ich schon in einer Gosse gelandet. Wo man nichts zu fressen hatte, keine Kohle hatte, wo ich, weiß noch, E-Plus mir dann immer das Handy abgeschaltet hab, weil die 6,48 Mark irgendwie nicht abgebucht werden konnten. Und wo das alles scheiße war. Wo man einfach gemerkt hat, ich komm hier nicht weiter. Ich wollte Künstler werden, hab die Lehre abgebrochen, war vogelfrei, wurde behandelt irgendwie wie ein Aussätziger irgendwie, hab keine Freunde mehr gehabt und die waren gegen mich. Das System war gegen mich. Dann kam hier die Bundeswehr, die mich einkaschen wollte, wo ich dachte, jetzt hab ich so langsam meine ersten Auftritte, jetzt kommen die Idioten von der Bundeswehr und wollen mich da einziehen. Dann bin ich untergetaucht und das war immer so, dass ich dachte, ich hab hier einen Plan und ihr Schweine lasst das alle nicht zu. Und deswegen erst auch die Frage nach dem Widerstand, also jetzt hast du ja all diese Widerstände nicht mehr. Und bist du dann stolz? Was ist das? Also was hast du für ein Gefühl? Also du hast ja einen ganz anderen Widerstände, als ich jetzt zum Beispiel hatte. Ich bin jetzt nicht, ich musste zum Beispiel nicht in die Armee und so weiter und solche Sachen. Aber jetzt sind wir der Widerstand so. Jetzt sind wir ja zum Beispiel hier die zwei alten weißen Männer und die Frage ist jetzt, wie gehen wir jetzt mit der Jugend um? Weißt du? Also finden wir die jetzt alle scheiße? Ich kann mich noch erinnern, als ich das letzte Mal bei dir im Studio war, hab ich da mit Luisa Neubauer ein Video gedreht. Weißt du, wo ich so dachte, also ich finde mich toll. So. Ich fand mich in dem Moment toll, weil ich hätte jetzt auch sagen können, Luisa Neubauer mag ich nicht. Die Ansichten, junge Leute, geht mal arbeiten, alle faul. Hätte es bei uns damals nicht gegeben. Wo ich dachte, ey Digi, du bist gut. Und so wie du das machst, ist es in Ordnung. Digi, Luisa Neubauer, finde ich gut. Weil ich war nicht Luisa Neubauer. Ich war politisch denkend irgendwie, hab auch ein bisschen mitdemonstriert und so, war gegen das Schweinesystem. Aber ich war nicht so stark wie sie. Ja. Das ist total beeindruckend. Aber ich wusste, dass wir damals natürlich auch auf die Fresse bekommen haben. Also ich war nie Punk gewesen, hab aber sympathisiert mit dem. Hab hier auch in der Supermolli damals mein erstes Programm gespielt und fand die toll, finde die bis heute toll. Weißt du, ne? Aber wie meinst du das, wenn du, als du über Luisa gesprochen hast, meinst du, ich bin jetzt, hab den Link nicht hingekriegt mit dem Widerstand? Nee, dass wir könnten heute die alten Männer sein, die wir früher auch bekämpft haben. Weißt du? Also ich kenne Leute in meinem Alter, die sagen, finde ich alles scheiße. Ja. So, weißt du, ich will hier mit meinem SUV irgendwie schön zu Edeka fahren und mir drei Brühwürfel holen und sehe das nicht so. Ja. Weißt du? Umweltschutz. Brauchen wir alles nicht. Gibt's nicht. Klimawandel. Lüge. Weißt du? Das heißt, der alte weiße Mann sein wollen, der man... Der gute alte weiße Mann. Der gute alte weiße Mann. Weißt du, der gute alte weiße Mann, der die Nummer hat von Luisa Neubauer, ab und zu mal eine WhatsApp-Nachricht kriegt. Weißt du? Selbstvergewissung, so schlimm bist du nicht. Wo ich weiß, okay, also ich bin jetzt umwelttechnisch nicht sündenfrei, weißt du, das war ja die erste Frage, die ich ihr gestellt habe damals, als sie bei mir im Podcast war, als ich gesagt habe, deine Leutchen haben mich angefragt, da war ich gerade auf dem Weg nach Thailand und ich bin da nicht mit dem Fahrrad hingefahren. Wirklich? Nee. Weil es ja nicht geht. Es geht ja nicht anders. Und wo die erste Frage war, darf ich überhaupt dich gut finden, wenn ich da immer in so einen Kerosinbomber da steige irgendwie und nach Thailand fliege? Ja, darf man natürlich. Und wie sie klarerweise gesagt hat, mit deinem scheiß Flug, das ist das kleinste Problem, was wir haben, weißt du? Ja. Was aber so ein Reizthema ist für viele Leute, die sich mit Neubauer nicht auseinandersetzen, die dann sagen, kann ich nicht mehr fliegen. Was meinst du, wie oft ich einen Arsch voll kriege, wenn ich irgendwie am Flughafen gesehen werde oder wenn ich poste, ich bin gerade auf Bali. Ja, aber mit dem Flieger dahin, aber für Luisa Neubauer sein, weißt du, wo ich denke, ja, hast du die Folge nicht gehört. Das ist das kleinste Problem. Das ist das kleinste Problem, ja. Ja, das heißt, du hast keinen Widerstand mehr so sehr in deinem Leben, aber du würdest gerne auch wieder widerständiger sein. Ich würde gerne, also was meine Kunst angeht, Kafkaeska werden, also mit der Welt eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen, weißt du, dass ich sage, warum jetzt Widerstand? Ich möchte wie zum Anfang meiner Karriere wieder von Eintagsfliegen sprechen, die sich mit mir unterhalten haben, weißt du? Ach, wie geil. Von Außerirdischen, die mein Vorbild irgendwie kaputt gemacht haben. Also, weißt du, so Abstand von dieser politischen, von diesem politischen Tagesgeschöpf zu haben, weißt du? Das ist toll. Was jetzt, kriegt jetzt Olaf Scholz irgendwann nochmal den Mund auf, weißt du? Das ist wirklich, also, macht das mir traurig. Ich möchte da in meinem Programm nicht drüber sprechen. Ich will dem nicht nachäffen, weißt du? Ich fand damals schon immer Kabarettisten, wie so Helmut Kohlwitz sie gemacht haben, scheiß Cent langweilig. Wo ich dachte, nee, dann war der irgendwann gar nicht mehr im Amt. Irgendwann war der tot und diese Parodien laufen heute noch, wo ich so denke, nee, ich möchte, ich möchte das nicht. Das ist nicht lustig. Ich finde das super, wenn du das machst, weil das... Die da oben wieder unten Witze, weißt du, ist wie Deutsche Bahn, ja, wieder unten. Jetzt sind die wieder nicht pünktlich. Weißt du, wo ich denke, nee, hatten wir schon. Ja, und ich glaube, es ist ja, muss ja auch absolut, also gerade, ne, ich meine, wir haben jetzt auch eine halbe Stunde Schlechte Laune Podcast heute gemacht. Ich glaube, es ist auch total wichtig. Spitzengast, also Matze können wir echt nochmal einladen. Ja, ja, du, auf jeden Fall. Nein, aber das ist, ich möchte auch gerne einen Abend irgendwie, ob das zu dir ist oder wo auch immer, wo ich einfach den ganzen, den Kram, den man sonst in der Zeitung liest, wo das weg ist. Und natürlich finde ich dann Außerirdische, freue ich mich, Außerirdische, endlich wieder Außerirdische und nicht, nicht das, was ich jeden Tag sowieso schon sehe. Deswegen, also ich finde das gut, wenn du dich da... Ich glaube, ich möchte, dass diese Klarheit haben, dass jeder weiß, der verdrängt nicht. Der verdrängt nicht, der hat jetzt tausendmal darüber gesprochen, dass er das Scheiße findet, dass er sich politisch, jetzt habe ich mich genug geäußert. Ja. Also ich glaube nicht, wenn... Das ist heute das letzte Mal. Wir machen Cottbus noch und dann ist Schluss. Wir machen noch Cottbus. Cottbus werden wir noch komplett umkrempeln, aber dann ist Feierabend, dann habe ich keine Lust mehr. Dann muss wirklich Schluss sein. Dann wissen die auch, ja, Krömer und Fischer, die haben einen Cottbus, das ist okay. Ich finde das super. Weißt du, deswegen ist immer diese Frage, Künstler, sollen die sich jetzt politisch äußern oder nicht? Ich würde sagen, ja, mach. Bleibt aber hängen an dir, eine ganze Zeit lang, weißt du? Und wenn das jetzt gegen die Rechten ist, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Und würdest du denn sagen, Künstler... Das führt zu Shitstorms irgendwie, die machen dich fertig. Sollen die Künstler sich in der Kunst äußern oder sollen die Künstler sich in den Podcast äußern? Ich würde es im Podcast machen. Nicht in der Kunst. Es ist langweilig. Also wenn ich jetzt die Kunst, wenn du ins Theater gehst, da ist alles möglich. Du kannst auf einer Theaterbühne fliegen, du kannst sagen, ich bin Rechtsanwalt, Schnips, ich bin jetzt Chirurg. Du kannst alles behaupten, alles ändern. Politik ist sehr einseitig. Aber hat dich damals nicht auch Schrei nach Liebe von den Ärzten total angezündet? Mir war das, es war für mich so ein wichtiges Lied in Brandenburg auf dem Dorf und dann kommt meine Lieblingsband wieder zurück. Kennst du die Geschichte, als die damals beim SFB waren? Nee. Wo der Vörter oben angerufen hat, hier sind drei Ärzte, die wollen zu ihm. Nein. Moskito war das damals noch. Toll. Nein, aber das hat mich, das war ganz wichtig für mich. Richtig, richtig, richtig wichtig. Reden wir gleich drüber im Deluxe-Teil. Das ist Feierabend. Mach mal. Wollen wir denn also versuchen, wir können es ja versuchen, so ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Ich bin völlig. Weißt du? Absolut. Wir singen Schlager und ich hole den Tele-Gebäck-Ständer. Wir haben uns da weiter reingequatscht, glaube ich gerade. Nee, du. Nein. Ich lasse ja nur laufen. Nee, vergiss es. Ich bin ja nicht vorbereitet hier, weiß ich doch nicht, wer kommt. Das haben wir. Nee, 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 nee. Du bist doch hier der Star-Podcast. Ich wollte mit dir über Widerstände sprechen und du machst hier die ganze Zeit auch. Bist du krank rüber hier? Was sind denn für kranke Themen? Was ist denn los mit dir? Mensch, ich habe mich verpflichtet jetzt nach Cottbus zu gehen. Ich trete ja nicht mehr live auf. Auf nach Cottbus. So, wir müssen aber wirklich nach Cottbus gehen. Ich finde das wirklich gut. Wir machen uns da Gedanken drüber. Ja. Luisa Neubauer arbeitet das Konzept aus. Besser sie als wir. Ja. Matze, ich war zweimal bei dir. Würdest du auch zweimal zu mir kommen? Na ja. Du, also... Das ist zu lange, die Antwort ist zu lange. Also ich würde... Also... 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 Nein, ich... Du kannst doch auch lügen. Nee, ich lüge nicht. Jetzt ja sagen können. Ich lüge doch nicht. Nein, ich glaube... Das ist zu lange. Du hast ja nicht mal ja oder nein gesagt. Du sagst jetzt ich glaube. Wir wollten doch uns aus Politik rauslassen. Ja. Und ich sage mal so... Wird alles besser, Herr Scholz. Und bitte. Wird alles... Wird... Also ich... Ja, ich meine... Ja, also... Politisch... Ja. Würde ich sagen. Ich meine... Ja, warum nicht? Und... Und würdest du mich nochmal einladen? Nee, du kommst lieber zu mir wieder. Ich glaube, das ist... Ja. Ich glaube, das ist... Ja. Du kommst zu mir... Dann machen wir bei dir eine schöne Folge. Weißt du? Das ist... Ja. Das ist irgendwie... Wo die Leute sagen, ey, wie kann man nur so positiv eingestellt sein wie die beiden? Ja. Herrlich. Herrlich. Guck mal so... Toll. Hotel Matze. Mein Lieblings-Podcast. Guck mal, die Leute hören dann das jetzt zu. Dann sehen sie dieses lachende Gesicht von dir auf dem Cover. Ja. Und dann hören sie das und hören dann so diesen... Oh Gott, was ist mit denen denn los? Ja. Depressive am Mittwoch und ähm... Oder am Donnerstag. Depressive am Mittwoch ist aber auch ein schöner Podcast. Und dann immer Donnerstags ausstrahlen. Immer Donnerstags ausstrahlen. Nee, ich fand das sehr schön. Ich hab so ein bisschen... Ich glaube, es ist insofern, weil ich auch sehr gerne frage, wie du weißt und du ja auch, ist es natürlich dann manchmal ein bisschen... Wo geht man jetzt eigentlich hin? Ja. Gut, also ich fasse jetzt mal die letzten halbe Stunde Antwort zusammen. Nein. Nein. Ich komm nicht nochmal. Ich komm nicht nochmal. Aber ich komm gerne zu dir. Du kommst gerne... Mach mal so, oder? Oder halt natürlich auf einer deiner wilden Aftershow-Partys. Ja. Ja. Wenn es dir nicht zu viel wird. Wenn es nicht zu viel wird. Ging ja auch bestimmt eine Stunde oder so. Ja, anderthalb. Ich weiß noch, ich hab noch ein schönes Foto von dir gemacht auf dieser leeren Bühne. Alle werden jetzt denken, was für ein Langweiler. Es ist immer, Leute, wirklich, das habt ihr noch nicht erlebt, sowas. Ich hätte es ja verkaufen können als Meditationsstunde. Nee, es war... Die Karte ging dann nachlos. Nee, du bist ins Auto gestiegen und auch nach Hause gefahren. Ja. Wir haben uns draußen verabschiedet. Hey. Hey. Hey, deine Führer, ne? Also, war schön. Kurdi, wir sehen uns im Hotel. Das war die Wesen für den Teil hier. Jetzt geht's aber gleich rüber. Ja, mach mal ein Foto, damit wirklich die Leute sehen, dass ich das immer ablesen muss, weil ich das über 65 Folgen noch nicht auswendig gelernt habe. Das ist traurig. Ich find's aber gut, dass es so wirklich... Also, es kann wirklich jemand von 100 Meter Entfernung auch lesen. Es erinnert mich so ein bisschen an Johannes Hesers. Der hatte so eine Maschine, wo der Text gelesen hat, wo immer die Buchstaben einzeln über dem Bildschirm gegangen sind. Also, ich freu mich jetzt sehr auf dich und mich in Feelings Deluxe exklusiv bei Amazon Music. Geil. Kurt Krömer als Gast bei Amazon Music. Freue ich mich drauf. Nicht nur bei Hotel Matze, jetzt bin ich sogar Gast bei Feelings. Ich hab sie schafft. Du hast es wirklich geschafft. Ich bin mir gleich nur ein Augenbind um. Danke, Matze, für alles. Da nicht für. Ich bin mir gleich nur ein Augenbind um. Für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Lui. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion, Kate Kugel. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020